Win Win I reported my PC Report Wallhacking Ich dachte nur so macht man das Mirage 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 So Mal schnell Whatsapp schreiben Was jetzt los ist Na komm Was war das jetzt für ein Geräusch Hm Tadadada Mhm Sag mal irgendwas unterhaltet man den Zuschauer Oh ne warum denn A B C die Katze liegt im Kopf Was Ist in Ordnung Ist in Ordnung Man merkt wo sie diese Woche arbeiten ne Im Kindergarten Ich atme Ich atme he Ich arbeite da nicht nur diese Woche Du atmest auch Echt Arbeitest du da zukünftig immer oder ne Also gemeint Ich arbeite da jetzt sechs Wochen Und danach Danach muss ich wieder zurück Nach meiner Ausbildung würde ich da gerne gehen Verbindungsprobleme Ja ich glaube Jess Internet schmiert mal wieder ab Nö ich kann nicht spielen Ja du Ah Ah dieses Hm aha Pisi hat die hat das Team gewächst Und was ist da los Ich fahr halt beim Morgz mal sonst kann er beim Morgz nicht machen Ich muss ja auch mal das an So Nimm ich mal das hier Dann mal was neues Pisi Ja Irgendwas stimmt doch hier nicht Aber Warum Wassen Das scheint jetzt zu passen denk ich mal Oh Kackgott lauf mir doch noch mehr im Weg Oh man Den hätt ich jetzt messen können No Ich hätte beinahe einen Bot gemessert Oh Ja heute geht's ja Heute geht's ja Heute geht's ja 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 Oh nein 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 Oh nein 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 Oh nein Nein niemals Also einer kommt zu B durch Den hab ich grad gesehen Einer ist auf B Nice Ja Nein Da ist noch einer Oh der kann ne stationisch sargen Den hab ich noch nicht gesehen Ja Cupcake ist da noch um die Ecke Hat noch 18 HP Ich hab hier ne Bombe Das ist schön Cupcake wieso sagst du nix mehr Was ich konzentriere mich Ist doch voll langweilig Genau konzentrieren ist voll langweilig Bombe liegt dann auf B Denken ist auch langweilig Das ist mein Nacken so verspannt Oh dieses Rumgeweide hier Ja Mann ey das ist echt kacke du Musst uns so viel aufnehmen Oh Muffin Hm Muffin 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 So bot Plante mal Apps Ich meinte Weiß nicht was das sein soll Links oben Also bringt mir das nix Ja er hat dich ja auch verraten Jess Da kommt einer aus dem Achso Glaub nicht zu verraten Hinter 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 dir hinter dir Hinter dir Oh mein goooood Jetzt geht das wieder los Vielleicht gehts wieder Du noob Geht mal diese Rage quits Ja dann geh ich auch Boah Boah Gehen wir dann lang Mädels Also wenn man einer der ersten ist der stirbt Muss man nicht mal in den letzten zu sagen wie sie zu spielen Boah Was war denn das jetzt für ne bitchige Aussage ey Ne da hat's ja recht ich richte mich da drüber auch jedes Mal auf Dass die alle die große Fresse haben wenn sie tot sind Und immer der Meinung ist sie müssten hier reden Ja Ist doch so Ne ist gar nicht so Autofixel Ist doch so Alle haben die große Fresse Autofixel Oh jese Der PC macht voll die komischen Geräusche Eventuell explodiert der gleich Geil ich hab nix gemacht Ich hab Chloe erschossen Kannst du künftig Leute kritisieren? Nein Ja Sehr schön Habe ich mir das recht also er Nein darfst du nicht Ja nein vielleicht Recht Erik Geil ich auf den Weg Geil ich auf den Weg Ah Wer hat mir das eigentlich erzählt, dass bei Elia Wald im Stream plötzlich stand Erektive Dysfunktion beim Software Ja ich Das warst du? Achso ja Häy Was zur Hölle machen wir hier? Ich frage mich was auch gerade Ich frage mich was auch gerade Och Och Schatz Chloe wieso Schatz? Ja Och Schatz Voll ab Also ich find's ja nett, dass du das Schatz nennst Aber Ich glaub so weit sind wir noch nicht Oh nein Was seid ihr Terroristen, ne? Ah das ist Ja Terroristen Wie klar Du kannst nichts machen und sie Du musst erst warten bis die Runde vorbei ist Weil ich tot bin Och Mann Boah du kannst ja gar nicht Das sagst du Das sagst du Du überlebst ja keine 5 Sekunden Geil Jetzt kommt hier der PS4 Zocker weißt du Und hat eine große Kirche Uuuu Jetzt hat 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 haben die alle tot Der hat eine Bombe in der Hand Ach warst du ehrlich? Anna walkbar Roxy Nein Nein Er steht jetzt eh Morgsen Es war in meinem Team aber er überlebt nicht mehr lange Nein Morgsen Ihr seid so geil Ich hab doch keine Ahnung Was ist denn der Morgsen? Was ist denn der Morgsen? Bumm Ja Manu regelt wieder Läuft Alter Falter Wieder ein Drama Das ist Jetzt oder was? Drama schießt jetzt wieder Drama Gehst du auf Gewehre? Ak Kevin Kevin? Und los Kevin Und los Kannst du mal aufhören mich zu mobben? Ich werde das echt erwähnen in den Mobben Nehm mal ernsthaft Ich muss das nicht machen oder? Ich werde das auch ehrlich gesagt nicht machen weil es gibt gewisse Sachen die sollten vergraben bleiben Ja deswegen Fuck Graben bleiben Ja Was geht denn euch hier? Was geht denn euch hier? Hä? Ich hab 300 Jahre auf den geschossen, wieso sind wir nicht gestorben? Seit 100 Jahren sind die Kling cold Boah 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 repeated Ich kann das, siehst du? Ich konnt's nicht. Nö, steckt schon in meinem Bot drinnen. Den Wyatt hab ich. Ich wollte den gar nicht haben, ich wollte das nur testen. Nene, du wolltest ihn ja wegnehmen. Ja genau, richtig. Lampe. Ähm, was mach ich denn jetzt überhaupt? Wo muss ich ihn überhaupt geben? Ich komm schon gar nicht mehr klar. Ich bin ein böser Mensch. Da guckt mir auch niemand zu bei dem Stream. Ah scheiße und ich bleib hängen. Kuli! Ich bin zufrieden. Guck mal! Der Bot-Jazz-Pinkman und der Bot-Jazz-Pinkman haben... Du bist nicht hängen geblieben. Voll gut. Soll ich auch so heiß? Irgendwoll. Ach, Lama. Was denn? Immer wenn ich mit den Labels aufnehme. Kein Lama! Ich möchte übrigens erwähnen, das war jetzt nicht von mir, ne? Ja. Ehrlich? Ach Kuli, hinten ist ja vorhin schon die Paddy. Pro 90. Ja. Wie gesagt, ich muss halt da noch Achievement machen. Dann werde ich die auch wieder wegwechseln. Ah. Wegwechseln. Hätte klappen können. Hätte. 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 Hätte ich das aber nicht. Erst heiß machen, ne? Und dann... Links liegen lassen. Ich bin doch keine Backofenkartoffel, ey. Ne, man nennt's ja nur Ofenkartoffel. Du Backofen! Jetzt habe ich mich gerade entkleidet. Das ist schön. Was? Ja, ich habe meine anziehbare Decke ausgezogen. Okay. Anziehbare Decke. Bist du jetzt nackig? Nein, ich habe natürlich noch was an. Da oben! Ah! Wackelt's bestimmt mit deinem Schniede rum, ne? Warte. Ihn werde ich gleich auspacken. Ach cool, dass Lama aufgestört ist. Du drehst du so im Kreis. Und dann gucke ich dein Mobbingvideo an. Und dann... Uah, nein. Achso, ich kann ja die so rum. Habt ihr das schon mal drüber nachgedacht, ob das jemand macht bei den Videos? Was? Oder doch? Könnt ihr mal fragen. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Ist mir doch egal. Ich mache das immer. Ach, Piersi, du versuchst es immer wieder. Ja! Ach, scheiße. Pass mich doch. Ich bin übrigens plötzlich voll gut. Konnte das eigentlich passieren. Mäh. Cupcake sagt nichts mehr. Ich glaube, da fehlt diese Irritierung, weißt du? Was? Der Cupcake lenkt mich nicht mehr ab mit ihm, Geburper. Hm. Der Belober. Der Cupcake schmollt. Was ist los? Warum so traurig? Ich konzentriere mich nur. Warum so traurig? Ah, da steht da, da steht da. Voll süß. Wichser! Wichswichser! Ah, die Blindenkanade war auch nicht so nett. So nicht, mein Freund. Dann hätte die ja klappen. Tod oder was? Hreit. Au! Dicht im Auge, oder? Äh. Ach, komm! Schön? Nicht dein Ernst. Ach! Verkeckt! Wir leben dann noch. Ein Bot noch. Jess lebt auf jeden Fall noch. Wer lebt noch? Die, die kämpft wieder irgendwo. Nein! Wer, wer, wer? Wo? Da. Gut, schön gemacht. Ich hab's gesehen. Sehr schön. Sarah, was machen wir beim Laufen nicht? Jedes Mal kommt das, ey. Was macht man denn beim Laufen nicht? Schießen. Wieso mach ich das immer? Ja, weil du deswegen nicht triffst. Deswegen steppst du ja auch immer. Weil du nur SMKs nimmst. Ich nehm doch keine Submaschinen ganz. Oh, wer war das denn? Welcher Delikant? Einer von uns hat eben... Cupcake, komm doch mal zurück. Ich hab ihn nicht einmal getroffen. Nervig. Was? Ist jemand bei B? Ja. Nicht nur. Irgendjemand. Wenn ich mit dem Boss Kills mache, werden die mir dann für meinen Tiefments gutgeschrieben? Weiß das jemand? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wer macht sich denn über sowas? Ich will in Tiefments sammeln. Easy. Ja. Deswegen wechseln sich auch die Waffen immer durch. Die Gedankenwelt einer Ziege. Blenden jetzt. Blenden jetzt? Okay. Glaub ich falsch? Ist mir sehr voll lustig. Bisschen. Ja, bisschen. Unwesentlich. Immer noch. Möglicherweise kommt jemand von CT. Okay. Den Bot verraten. Ey, ihr sollt nix verraten. Lama, das war ernst gemeint, dass du falsch läufst. Ja, aber ich geh doch jetzt richtig. Ach, das ist schon längst zu spät. Aber ich werd's nicht verschaffen, oder? Ja, das explodiert jetzt. Das kannst du knicken. Ich hasse euch alle, ihr seid alle. Du bist einfach... Also die Waffen waren auf A und du bist einfach so ne riesen Runde gelaufen. Ja, voll nicht. Das hat dein Ding schon explodiert, bevor du da bist. Wir können dir das ja nicht verraten. Obwohl, ich mein, es wurde jetzt schon so oft wie wir verraten, dann verrate ich jetzt auch mal. Ja. 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 Jetzt kann ich heute aber nicht mit einem guten Gewissen an mir rumspielen. Warum? Weil du verraten wurdest. Wurde verraten. Lama, 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 lama. Lama, lama, lama. Lama, lama, lama. Lama, lama, lama. Habt ihr gewusst, dass Lamas ganz lange Lümmel haben? Nö, interessiert mich halt auch nicht. Dich interessieren nur Ziegen, ne? Geil. Im Übrigen Bombe bei A. Bombe bei A. Wenn jetzt auch noch Hilfe bei A wäre, wäre das richtig... Ja, ja. Wurde leider schon erschossen. Tut mir leid. Bin ich... Ne, ich bin nicht allein. Komm zu mir, Bombe bei A. Ja, ja, sehr gut. Hm. Das Brötchen lebt noch irgendwo. Vermorgen ist lustig. Guckst du auf jeden Fall... Du guckst auf jeden Fall falsch. Oh. Oh Pisi, du bist's. Ja. Mein kleiner Schnucki. Ich weiß. Ganz gut mit der Brötchen. Ja, ja. Oh, 90. Kleiner Schnucki. Mein Schnuckiputz. Pro 90 vor der Wind. Ne, eigentlich nicht. Eigentlich sind wir wirklich so Sachen wie AK lieber. Ne. Oh, wenn ich die Bots sehe, Gerda, könnte ich kotzen. Was hast du denn immer? Weil die hier jedes Mal wie die Elefantenarmee durchlaufen. Damit auch jeder weiß, wo es ist. Und dann... Jetzt wirst du auch mal sterben? Und tot. War ja klar. Komm, ja warte. Ist der tot? Ja. Er lebt noch. Zwei lebt noch. Ach, so ne Frechheit. Du solltest nicht so drin trampeln. Ja, ja. Du solltest nicht scheiß Auto knüpfen kaufen. Oh Gott. Ist noch keine Sekunde da und sie, bam, klatscht mich schon weg hier, ey. Ich wüsste nicht. Na, was lachst du denn jetzt so? Schäm mich da drüber. Alter. Die freut sich da drüber. Da geht ihr grade einer ab, weißt du? Haben wir noch ein Bot da? Ne. Ist ja gut. Ist ja gut. Er ist grade erst die Treppe aufgekommen. Was? Wie leicht man Chloe befriedigen kann, ne? Und wie glücklich sie sich danach hört. Ist sie denn? Ich hab's einfach drauf. Ich kann nicht mehr. Das ist so herrlich. Weil er mich eben die ganze Zeit erschossen hat. Natürlich freu ich mich. Hättest du messern sollen. Ich hätte sie messern sollen, verdammt. Hab eh nur noch sieben LP. Äh LP. Sieben Let's Plays. Äh sieben Lebenspunkte. Ich hätte sie einfach messern sollen. Hättet ihr wirklich einfach den Erfolg vergönnen können. Na das ist doch schon Erfolg, du hast dich getötet. Keine Liebe für Chloe. Seid's gut. Ich sollte schon wieder Alarm waschen hier. Esst ihr gerne Schoko-Crossies? Na, nicht so schlafen. Es kommt wieder irgendetwas mit dir. Geht mit dir. Nein, das war... Darf man dich mal normale Fragen stellen? Normal. Ich bin normal. Ich bin am Nachladen, Mädel. Diese Unterstellungen. Achso, deswegen soll ich für den Spaß machen oder was? Hallo Familie, wer liebt mich? Hallöchen. Nein Sorg, geh wieder weg. Hallo. Geh weg. Du bist nicht willkommen. Okay. Buddy disconnected. Läuft. Bist du gemein. Scheiße. Schreib die noch mal an, sowas nicht gemein. Ja, das war's jetzt. Da ist er. Da ist er. Ich wollte doch, dass er mitspielt. Ja, klar. Saga bleibt erstmal. Ich wollte Klopfen in ihre Tastatur wie sonst was. Wie wird sich das nur anhören, wenn Saga eine Hausarbeit schreibt? Da habt ihr jetzt einen armen Tino verjagt. Klatsch, 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 klatsch. Oh, dieser. Achso, das ist ja gar kein Brottel. Ich sag gerade, du, das war alle. So. Ob ihr behindert seid? Na ja. Kommt doch, alter Nazi-Punk. Ver ekelhaft. Wirst du jetzt mit damit spielen oder nicht? Ja, ich rauche erstmal und dann spielen wir. Das ist aber kein Drink, ne? Das ist aber kein Drink, ne?